Guten Tag, verehrte Zuschauer. Sieben Musiker des Philharmonischen Orchesters Groningen haben sich zu einem Ensemble zusammengefunden, in dem sie ihre heimliche Zuneigung zur leichten Musik ausleben können. So entstand das inzwischen über Hollands Grenzen hinaus bekannte Salonorchest Plüsch. Der Norddeutsche Rundfunk hat dieses Ensemble aus Anlass des 12. Norddeutschen Theatertreffens 1982 in Hamburg für Sie aufgezeichnet. Ich wünsche gute Unterhaltung. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020